Hallo und herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen zum 20. FIFA 21 Champions League Stream. Das war jetzt kein guter deutscher Satz, aber wurscht. Mit dabei ist der Ending. Ja, hallo. Und ich würde sagen, gehen wir es auch. Ja, willkommen hierzu, Chelsea gegen Fenja. Keine Sorge, das hat er öfter. Ist er noch da? Ich? Ei. Wo soll ich hingehen? So, vielleicht sollte ich da weiter tun. Ja, gut. Was willst du denn da fragen? Da habe ich den Haberer herkauft. Okay. Okay, ist gut. Mach mal. Bitte? Es ist okay. Ja, also, Fanjub gegen Chelsea, Ausbildungsteam gegen meinen ehemaligen Geheimfabrieten Chelsea. Schauen wir, ob die wirklich so wieder eine Leistung hervorbringen kann. Also, diese Viehspiele, die Chelsea abgegeben hat, waren alle vier. Weltklasse. Ja, man wird dann, wie gesagt, viel Neuzugänge. Und dann haben wir noch Sonot. Zum Antesten einmal, hat man ihn geholt. Ja, hier waren wir auch nicht untätig. Man hat, ich glaube, drei Leute geholt. Das war schön. Und Thuring war da. Ja, das war schön. Erste Mal, ihr könnt fünf Neuzugänge. Und die Stürmer dann! Das ist so laut in der Mitte, wo man sitzt. Trinkforder mit dem Tor. Schnappterer zur Ecke. Schnappterer zur Ecke. Wo musst du ihn rein auszutreten? Ich finde, hat ein wenig gezeigt. Boah, schöner Pass. Die zwei noch hinten halt. Andere Richtung. Wieder gut. Gesehen hier. Oh. So laut. Sehr auffällig. Gut, noch nichts zu schlafen. Sehr gut, schön aufgepasst. Oh. Oh. Ich fahre da nicht dahin. Nein, boah Skritto, bist du da mit Skritto, zweimal gleich. Boah, das ist natürlich Gras gewesen, zweimal. Beim ersten Mal dachte ich, okay, gut, aber dann habe ich Sinn, der kommt zurück nach mir. Boah, super. Schöner Schuss. Koko. Auch einer der Spieler des Turniers. Kurz oder ein Dritt, ganz wichtig. Ich glaube aber einer, der sich noch beweisen muss. Ja, das war jetzt nicht 100%. So, wirklich wichtig noch. Ja, man bleibt aber trotzdem, das gefällt mir. Einen Wechsel gibt es hier. Den Mann, den man geholt hat vom Ausbildungsteam, der auch Platz zwei im Turnier wurde. oder drei. Ich glaube zwei. Oh, das war nix. Schnapp. Na Alter… Schnapp. 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 Dann muss er hier drehen, wenn er zweimal schreit. So, das ist gut. Ah, das ist gut. Ja, schlag ist gut. Na gut. Nehmen wir. Oh, okay. Jetzt geht das. Oh, okay. Oh, okay. Oh, man sieht es. Puh. so man hat ja hier den halben bayernflügel gekauft bin ich drauf gekommen den halben bayernflügel jetzt insgesamt gesehen knabry spielt dort schon ach so so komo ist jetzt hier angekommen was ist Zimmer in Park. Oh, schade. Oh, was ist das wieder? Ja. Oh, was ist eine gute Idee? Dick Mayer. Die Idee war gut. Die hat man schon gedacht. So, dritter Wechsel. Bignonado umgeht. Lorente kommt. Oh, scheiße. Nein. Du musst da viel dazwischen. Oh, ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Oh, ja. Ja, okay. Solange. Torhüter Torhüter Ja, von Chelsea sieht man nichts, aber von ihrer Turnierstärke. Du kannst nicht mehr... Sehr stark, Fanyard! Oh, ich kann nicht mehr wechseln, gut. Ah ja genau, dreimal. Dreimal wollte ich schon. Das könnte eine kleine Freundschaft eventuell sein, wenn sie so weitermachen. Florente! Weta! Machst du noch ein Sparant? Ah, das ist hier schon 90. Minute. Ah, das ist hier schon 90. Minute. Boah! Guck mal, stark! Ja! Ja! Stark! Durchgesetzt hier, Fanyard. Ja, was anderes kann man nicht sagen. Ja, Chelsea irgendwie... Da war die Offensive heute nicht so präsent wie... ...im 10.